Auch Elon Musk war schon seit Langem und sehr häufig über die Gefahren der künstlichen Intelligenz und hat sogar in einem Interview gesagt, dass er findet, dass künstliche Intelligenz weitaus gefährlicher und bedrohlicher für die Menschheit sind als Atomwaffen. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes, far.